Grundsätzlich verwendet ein Now-Roboter die standardmäßig installierte Sprache. In Europa ist das Englisch. Wenn wir zum Beispiel eine Saybox auf den Bildschirm ziehen, wird jeder Text, der in die Saybox hineingeschrieben wird, Englisch ausgesprochen, egal in welcher Sprache der Text verfasst wird. Auf dem virtuellen Roboter sieht das zwar korrekt aus, denn Sprache wird ja auch nur schriftlich im Dialogfenster ausgegeben. Ist allerdings ein echter Roboter angeschlossen, kann man hören, dass nur der englische Teil korrekt ausgesprochen wird. Um eine andere Sprache als die vorinstallierte Sprache einzustellen, benötigt man eine Set Language Box und wählt dort die gewünschte Sprache aus. Zusätzlich müssen in den neueren Choregraph-Versionen die gewünschten Sprachen vorab über die Programmeigenschaften English Properties festgelegt werden. Das lässt sich zwar einfach per Mausklick erledigen, wird aber oft vergessen und ist eine typische Fehlerquelle. Mit diesen Einstellungen sieht man den Text nicht nur korrekt, sondern er hört sich auch richtig an. Guten Morgen, wie geht's?